Hast du die Meeresnets mitgebracht? Oh, so tief! Oh, ein Cola! Ist denn cool? Hey, das ist ein Nazi! Hey, komm, komm! Tut mir warm! Es ist voll kalt! Danke, danke, danke! Danke! Und die Rose! Die Rose ist so schön! Sie ist Oliver Stone! So, Mama Lili! Du spürst die Rose noch? Oh, ist das so schön! Ich gehe da rum, da rum! Da rum! Ah, okay! Wow! Heisst das fein! Danke, danke! Danke! Danke, Mama! Ein Stück! Ein Stück! Ein Stück! Ja, das ist so schön! Ja, das ist so schön! Ja, das Herzli da drin! Schau mal! Ein richtiges Herzli in der Mitte! Hä? Ein hart! Hier ist so hart! Hart in der Mitte! Nice! Das ist so schön! Das ist so schön! Schatzli! Jo! Die Rose sind schön! Und alle! Das ist so schön! Aber hörst du jetzt! Jetzt gebe ich dir natürlich... ...ehm... ...ein Bonbon! Ich gebe dir mal ein Bonbon! Ja! Ich habe extra das Geschenkpapierchen gekauft! Ich finde es so... So, 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 so süß! Für die Cupcake! Cupcake! Yes! Very cute! So eine Bandeli, Mama Lili! Ich habe ja alles extra gekauft für dich! Schliesslich! Ja, du, ich habe eins... Weisst du, das war ein Luchsi? Dann habe ich eins so... ...fest... ...gezogen, zusammengezogen... ...und dann machte die Peng! Bis zum 5. Morgen habe ich gearbeitet! Haha! Ja, aber ich wollte es, weil... ...ich hatte so Stress gehabt! Ich bin manchmal zu wachen! Und dann... ...nein! Ich wusste nicht, wann es passieren muss! Und das Klappchen habe ich auch! Weisst du, dann habe ich in aller Ruhe... ...schreiben... Ah, Klappchen! Hallo! Wo ischt denn das Klappchen? Aber ganz, 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 ganz ruhig! Still! Still, you have to... ...really still! Oh, still! Ja! Sehr ruhig! Ja! 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 great Ja! Das ist wirklich karpzig, grüße. Das ist wirklich karpzig. Sehr schön, die Cupcake. Heda, du denkst du, dass ich mit den Cupcakes gehe? Das ist wirklich karpzig. Sehr schön.